Harald Albrecht, der Omphalus Berlins Zwei-Springer-Spiel im Nachzug heißt Augen auf A.D.2006 Wir sehen eine Raumzeitpartie mit preußischer Eröffnung. Der König steht in einer Kammer, dann saß das Volk in seiner und dann Aspest in aller Ohren. Die feuerfeste Faserei des Herrn der Wanzen Nun kann der Herr der Fliegen mit dem der Wanzen tanzen, wie der über den Herrn der Flieger siegen. Und also endet die Partie. Remi Das Brett wird zugeklappt, filzgrün leuchtet das Gras, auf dem die Kinder spielen, ihr Dreh- und Angelspiel, auf einer Nabelwiese. Mit einem Anpfiff als Eröffnung Harald Albrecht, der Omphalus Berlins Gelesen von Helge Heinold Aus das Humboldt-Forum Berlin Erschienen im Affaia Verlag Erschienen im Affaia Verlag Aus das Humboldt-Forum Berlin Erschiałem im Affaia Verlag Ersch terrifying Erschlägen im Affaia Verlag Erschengesetz Erschämmer